Schon gleich wissen wir, wer Publikumsliebling wird, aber jetzt geben wir nochmal so richtig Gas mit einer Band, die absolut viel Power hat. Und zwar kommt die Band aus Zürich, Frontsängerin, die kommt allerdings aus der Region, die ist aus der Schweiz. Sie ist im 2009 als Leadsängerin zu dieser Band gekommen und stellt nochmal vor, ihren ersten Auftritt, den hat sie im Hallenstadion in Zürich vor der legendären Gruppe, der ACDC. Und jetzt schäle ich schnell bei den Schillen, doch sie sind bereit, es freut uns, dass sie heute Abend hier bei uns auf der Bühne sind. Herzlich Willkommen, Redwoods mit Burning Up! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Gestaltung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020